Moin Leute, willkommen bei MangaInn und willkommen zu einem neuen Review von mir. Ich habe gelesen, eigentlich schon seit langer Zeit, das klingt jetzt so, als hätte ich die Bände innerhalb der letzten paar Monate gelesen, nein, ich habe angefangen 2009 One Piece zu lesen und bin jetzt vor einigen Monaten mit Band 100 durchgekommen. 100 Bände One Piece und jetzt ist es Zeit, erstmal ein zwischenzeitliches Fazit zu geben, denn die Reihe ist ja noch nicht zu Ende, sie wird weitergeschrieben. Aber jetzt, finde ich, fühlt es sich nach 100 Bänden gut an, einmal darüber zu sprechen. Wie die meisten in meinem Alter bin ich das erste Mal in Berührung gekommen mit One Piece, nicht in Mangaform, sondern natürlich in Animeform. Und ich muss dazu sagen, dass mich One Piece damals, als die ersten Staffeln liefen, gar nicht so gehuckt hat. Ich hatte nicht wirklich die Verbindung dazu, weil ich andere Serien damals aus dem Animeprogramm einfach deutlich ansprechender fand, als Kind. Ich bin dann aber irgendwann bei der Tele 5 Ausstrahlung an dem Thriller Bark Arc hängen geblieben. Man war auf einem großen Geisterschiff mit vielen Zombie-Charaktere, die so aus Flickenwerk bestanden. Super cool, war genau mein Setting. Und dann hatte ich mir 2009 gesagt, okay, scheint ja doch ganz interessant zu sein. Ich meine, ich kannte auch Sachen aus den ersten Arts, aber ich hatte es nie wirklich vollständig verfolgt. Dann schaust du mal, ob bei Comic Culture am Braunschweig noch ein One Piece Band 1 liegt und ziehst den dir mal rein. Das ist ja, mein originaler Band 1 noch von damals. Die Seiten mittlerweile ein bisschen lose vorne drin, aber ich sehe da no need, den irgendwie auszutauschen. Und jetzt ist mir aufgefallen, also wenn ich den ersten Band hier, den gegen den hundertsten halt, der natürlich wunderschön aufgemacht ist mit diesen schönen Foilelementen in Gold, perfekt. Und zwischen den Bands liegt natürlich eine beachtliche Zeit, denn 1997 hat Mangaka Eiichiro Oda, ich hoffe, das ist einigermaßen richtig ausgesprochen, die Aussprache bei Google sagt mir Eiichiro ODA, was nicht richtig sein kann. Aber zeichnerisch muss ich sagen, ja, der erste hat es wirklich schon gut gemacht. Man sieht größere Panels, weniger Detailreichtum, was die Zeichnung, besonders die Hintergründe betrifft, dafür mehr Struktur, als hätte man da irgendwie schon auf Farben hinausgearbeitet, die es nicht gegeben hat. Nur in ganz, ganz, ganz wenigen Ausnahmeseiten gab es mal farbliche Akzentuierung hier, aber zu 99,9% nicht. Nach hinten raus, die Zeichnungen sind sehr stabil über diese mittlerweile über 20 Jahre. Ich finde sogar, sie hatten hier durch diese Detaillierung, durch diese Akzentuierung in manchen Panels, sind sie sogar stärker als mittlerweile. Ich finde, mittlerweile verfängt man sich so ein bisschen im Detail, man will total viel zeigen auf den Panels, die großen Schlachten, überall müssen tausend kleine Details in jeder Ecke zu erkennen sein. Dabei kommt man aber sehr schnell dazu, dass es aussieht wie Geschmiere in Hintergründen, weil einfach der Wert nicht drauf liegt, wenn zwei große Charaktere sich im Vordergrund boxen, gegeneinander kämpfen. Okay, klar, dann ist das dahinter zu vernachlässigen. Aber dann gestaltet doch lieber die Figuren im Vordergrund besser aus, als hinten dann irgendwie noch so ein paar Details reinwischen zu wollen, was dann nicht mehr so wirkt. Dementsprechend finde ich, der erste Band macht es sehr, sehr gut und hinten raus, klar, zeigt man uns in gewisser Form mehr, die Action-Szenen sehen deutlich dynamischer aus. Ja, da ist viel passiert, aber trotzdem finde ich, qualitativ nimmt sich das im Laufe der 100 Bände gar nicht so viel. Aber ich glaube, wenn man erstmal mit dem ersten Band anfängt, dann tappt man relativ schnell in eine Suchtfalle und ist mittendrin in dieser Welt, denn man kommt sehr schnell rein und am Anfang geht alles Schlag auf Schlag, auch weil es relativ textarm ist zu Anfang noch. Man hat dieses klare Ziel, was wir gleich noch erläutern werden und die Arcs sind noch nicht 10 bis 15, 20 Bände lang. Man beschränkt sich auf anderthalb Bände, zwei Bände und es geht super schnell voran. Klar, die Welt muss erstmal aufgebaut werden. Ich schätze sehr an dieser Reihe, dass es am Anfang eigentlich nur eine ganz einfache Idee war, dass du diesen Charakter Ruffy hast, der sagt, ich will Piratenkönig werden und anhand dieses Satzes baust du dir ein Worldbuilding auf, was so unglaublich komplex mittlerweile ist, was aber mit dem Leser selbst wächst. So wie ich in meiner Jugend dann mit dieser Reihe gewachsen bin, würde es auch heute noch funktionieren, würde ich jetzt als mittlerweile 27-Jährige da mit Band 1 einsteigen. Das Schöne ist ja, die ganzen Charaktere wissen selbst noch nicht so viel über die Welt und welchem Schatz sie da eigentlich nachjagen. Das wird alles nur über Erzählungen und Legenden, Sagen von anderen Charakteren überliefert, was die Welt dann immer ein Stück größer gestaltet. Genauso wie Ruffy am Anfang in den Bänden sehr darauf fokussiert ist, erstmal seine Crew auszuweiten und neue Mitglieder zu rekrutieren. Das ist natürlich toll, weil das Ganze wächst nach und nach und du kannst es wirklich gut beobachten. Hinzu kommt dann immer diese, ich sag mal, stufenweise Komplexität, die man einbaut, nicht nur in Sachen Worldbuilding, sondern auch Charakterentwicklung. Das muss natürlich auch ausgeschrieben werden über 100 Bände, sonst hat man da ein ganz flaches, einfaches Ding, was keinen abholt. Aber auch, dass Charaktere als Zwischengut und Böse die ganze Zeit hin und her taumeln, dann in Ruffys Team kommen, nachdem sie erst bekämpft wurden. Sowas ist am Anfang noch gar nicht so denkbar, wenn man mit den ersten Bänden beginnt. Und mittlerweile ist die Möglichkeit einfach grenzenlos, die man sich geschaffen hat. Aber was ist One Piece eigentlich? One Piece ist eine klassische Abenteuergeschichte, die uns auf die Reise unseres Protagonisten Ruffy mitnimmt. Ruffy hat einen Traum, er will Piratenkönig werden und damit verknüpft den legendären Schatz von Gold Roger das namensgebende One Piece-Film. Aus seinem Team, das er früh schon nach und nach um sich herum schaut, lebt er allerdings als einzigen diesen Traum. Doch keine Angst an dieser Stelle, denn die anderen Crewmitglieder haben auch ihre ganz persönlichen Beweggründe, sich Ruffys Reise anzuschließen. So sieht Ruffys Crew nun aus, die er nach Funktion und sozialer Kompatibilität auserwählt hat. Stand, muss ich auch sagen, 2022, da kann natürlich noch einiges passieren. Kapitän Strohhut Monkey D. Ruffy, Navigatoren Nami, Schwertkämpfer Laurel Nazoro, Meisterschütze und Lügenbaron Lissop, Chefkoch Schwarzbein Sanji, Medizinmann und Rentier Chopper, Archäologe Nico Robin, Schiffszimmermann Frankie, Musiker Soul King Brook und der Ritter der Meere und damit auch neuestes Mitglied Jinbei. Jinbei. Um die Storygrundsätze so ein bisschen rund zu machen, muss natürlich auch noch gesagt werden, wie erhalten die Charaktere eigentlich ihre verrückten Superkräfte, um die es natürlich auch größtenteils geht in dieser Geschichte. Das hat zu tun mit den sogenannten Teufelsfrüchten. Es gibt einerseits die Soanfrüchte, Nutzer dieser Frucht verwandeln sich in Mensch-Tier-Hybride. Dann andererseits gibt es noch die Logia-Früchte, Nutzer dieser Frucht entwickeln Natur- und Elementarkräfte, wie Feuer, Licht oder Rauch. Die Beispiele habe ich jetzt bewusst gewählt, weil es sich halt nicht nur um Feuer, Wasser, Wind und Erde handelt, was man vielleicht denken könnte. Nein, das ist viel facettenreicher. Und dann gibt es noch die Paramezia-Früchte, hierunter werden alle anderen Teufelsfrüchte gesammelt, die dem Nutzer übermenschliche Fähigkeiten geben. Und auch da ist natürlich der Spielraum sehr, sehr groß, was das für Kräfte sein können. Ihr könnt euch also auch vorstellen, dass nicht nur unsere Helden Teufelsfrucht-Nutzer sind, sondern auch die Schurken, auf die Ruffy und Co. auf ihrer Reise treffen werden. Ich will mit euch noch so ein bisschen die verschiedenen Arcs durchgehen, die wir in den 100 Bänden jetzt hatten. Und dazu habe ich eine kleine Galerie an meinen Bänden hier oben aufgestellt, auf meinem Regal. Und da gucken wir uns nebenbei so ein paar Cover an. Wir beginnen im East Blue mit den ersten Abenteuern. Ich denke, der East Blue-Arc ist der beste Einstieg, den man haben kann, weil man halt wirklich merkt, das ist ein Anfang einer Reise, an der man steht. Und dieses Zusammenfinden der Crew ist halt einzigartig gut gelungen, weil sie halt auch alle so unterschiedlich sind. Und genau das war ja auch das Bestreben von Ruffy. Er hatte von Anfang an auf seiner Reise den Plan, einen Schiffszimmermann zu haben, einen Koch, einen Schwertkampf, eine Navigatorin. Und so kommen wir natürlich mehr oder weniger zufällig zu den verschiedenen Charakteren, die dann auch später Crewmitglieder werden. Und natürlich gehört auch einige Überzeugungskraft dazu. In fast jedem Fall, in den wenigsten Fällen ist das so, dass sich die mittlerweile Mitglieder wirklich direkt freiwillig anschließen. Nee, Ruffy muss auch schon beweisen, dass er ein würdiger Kapitän ist. Und Ruffy wächst natürlich insbesondere auch hier in den ersten Arcs wirklich stark. Wir haben hier beispielsweise Storylines ganz am Anfang legendär mit Buggy, dem Clown, dem ersten wirklichen Schurken, der uns auch die 100 Bände begleiten wird, nicht immer im Fokus steht. Aber das ist toll, man sieht hier wirklich, hier verlaufen so viele Geschichten, die man vielleicht auch teilweise nicht im Blick hat, die ganzen 100 Bände lang. Wir vergessen Charaktere nicht. Charaktere werden irgendwann immer ausgepackt. Und selbst welche, die jetzt seit 80 Bänden vielleicht besiegt sind, ich würde es niemals ausschließen, dass wir die nicht nochmal wiedersehen. Buggy, der Clown, totaler Klassiker auf jeden Fall. Fast vergessen hätte ich dann allerdings Captain Black und Jacko. Nicht so die wichtigste Story mit ihrer Katzenpiratenbande. Dann ist man auf der Baratie mit Don Krieg, dem Schurken. Das ist für mich persönlich ein ganz wichtiger Arc, weil ich Sanji total geil finde. Und das ist eine tolle, emotionale Story, wie allgemein der komplette Charakter Sanji. Und dann ist man auch noch im Arlong Park und das ist auch so, das hat mich optisch damals schon abgeholt, als ich noch gar nicht so die wirkliche Verbindung zu One Piece hatte. Wie cool ist bitte das Charakterdesign von Arlong und seiner Fischmenschenpiratenmann. Wie geil. Das ist dann gleichzeitig auch der erste Moment, wo Ruffy sein eigenes Fahndungsplakat bekommt. Und das ist auch so ein erster magischer Moment, weil das auf jeden Fall nicht zu einem Running Gag wird, aber es ist ein Thema, was uns immer wieder begleitet. Dass das Kopfgeld der verschiedenen Piraten halt immer und immer weiter erhöht werden muss. Auch das bis so zu zwei Dritteln der Serie ein absolutes Ding. Aber da die Arcs immer länger werden, wird diese Kopfgelderhöhung natürlich auch immer seltener. Da erst ein großes Ereignis wieder geschehen muss. Ruffy und seine Crew müssen irgendwas Besonderes geleistet haben, irgendwie wieder besiegt haben. Und dann steigt das Kopfgeld an. Dementsprechend sieht man das leider nicht mehr so oft. Es ist aber eine tolle Spielerei. Im Alabaster-Arc müssten wir Prinzessin Vivi helfen, ihr Heimatkönigreich Alabaster von der Barockfirma zu befreien, die Alabaster im Griff hat. Und auch das hier ist wieder ein toller Arc, weil der Aufbau einfach so klar ist. Man kämpft sich von einem Schwächeren über den Stärkeren über den Nächststärkeren weiter. Und man hat so eine gewisse Struktur in dieser Geschichte. Besonders auch, weil die Schurken dann eine Namensstrukturierung haben. Mr. Zero, Mr. One, Mr. Two, Mr. Three und so weiter und so fort. Und immer noch einen weiblichen Gegenpart dazu haben. Und wir boxen uns halt nach und nach hoch, bis wir irgendwann bei dem Kopf Sir Crocodile und Mr. Zero angekommen sind. Tolle Geschichte, richtig cool, hat mich damals super unterhalten. Natürlich dürfen auch gewisse Zwischen-Arcs nicht fehlen. Auch die werden immer mal wieder eingestreut in den 100 Bänden. Wenn wir zum Beispiel im Alabaster-Arc sind, dann machen wir einen kurzen Abstecher nach Drum Island, wo Warpol unser Gegner ist. Wir nehmen aber auch gleich Chopper mit und rekrutieren ihn für unser Team. Ich persönlich rechne es dem Mangaka wirklich hoch an, dass schon zu diesem frühen Zeitpunkt Figuren nicht einfach nur argbedingt eingeführt wurden. Den Feind besiegen, sodass er danach nutzlos wird und in den Geschichtsbüchern verschwindet. Nein, insbesondere aus den ersten Sagen werdet ihr viele Charaktere auf der Reise wieder treffen. Und so wie die Welt und der Leser sich entwickelt, entwickeln sich auch alle Personen in One Piece stetig weiter. Sie werden stärker, wechseln die Seiten von Gut zu Böse, von Böse zu Gut. Wir beobachten Werdegänge und Abstiege und bekommen neben einer grenzenlosen Abenteuerwelt noch feste Hierarchien und politische Verstrickungen geboten. Die nächste große Sage ist Sky Pier bzw. Sky Island, eine meiner absoluten Lieblings-Arcs hier drin. Hier merkt man, wird auch wieder etwas angestoßt, was sich bis heute erstreckt. Die Suche nach den Pornoglyphen, die Suche nach dem Verständnis der Pornoglyphen. Zu diesem Grund schließt sich auch Nico Robin nach dem letzten Arc mit der Barockfirma dem Team an. Und tatsächlich bis heute jagt man diese Dinger. Also auch hier ist das große Geheimnis noch nicht ganz entlüftet, auch wenn wir mittlerweile die Bedeutung dieser Steine, dieser großen beschrifteten Steine verstehen. Große Schurke in dem Arc, Enel, der sich zu einem göttergleichen Wesen aufgeschwungen hat mit seinen Donnerkräften, die er einer Teufelsfrucht zu verdanken hat. Super cool. Geiler Kampf, für mich einer der besten Kämpfe in ganz One Piece, der sich auch über mehrere Bände erstreckt. Der nächste Arc ist Water 7 und hier beginnen wir mit dem Davy-Back-Fight gegen Foxy. Wahrscheinlich für mich die schlechteste Stelle in ganz One Piece, das hätte man sich sparen können. Wäre eher etwas passendes für einen Anime-Filler gewesen. Also auch hinten raus gibt es ja noch etwas zähe Stellen, die aber einfach für die Story wichtig sind. Das hier hätte man überhaupt gar nicht gebraucht. Also gehen wir schnell weiter zur CP9. Hier merkt man auch, das finde ich immer cool, also das merkt man schon seit vielen anderen Bänden, dass die gegnerischen Piratenbanden immer so aufgebaut sind, dass es ein Gegenstück zu unserer Piraten-Crew mit Ruffy gibt. Heißt, Zoro kämpft meist gegen einen begabten Schwertkämpfer. Ruffy nimmt meist den großen Bösewicht aus der Truppe. Natürlich, wir haben Sanchi, der irgendeinen zugewiesenen Charakter bekommt, der auch von seiner Agilität lebt. Und das ist immer ein ganz gutes Match und so ist es auch bei der CP9. Das ist eigentlich das, was mir so am meisten im Gedächtnis geblieben ist von dieser Geschichte, die mir auch mega Spaß gemacht hat. Die CP9, eine Regierungseinsatztruppe. Super cool. Führt auch dazu, dass die Strohhutbande dann eine Kriegserklärung gegenüber der Weltregierung abgibt. Also hier merkt man, die Dinge werden ernster. Und natürlich, Lissop, der taucht als Sogeking auf, nachdem er sich zeitweise von der Gruppe entfernt. Bevor wir uns den nächsten und damit meinen Lieblings-Arc anschauen, warum ich überhaupt in One Piece reingerutscht bin, wie sieht es eigentlich mit den Strukturen und Hierarchien aus? Klar gibt es viele Piraten-Crews, aber da gibt es definitiv noch mehr. Da passt es auch, dass wir gerade die Weltregierung hatten. Im Dienste dieser standen lange Zeit die sieben Samurai der Meere. Hört sich schon mal nicht schlecht an, oder? Mächtige Piraten, die andere Piraten jagen und dafür von der Weltregierung verschont bleiben. Das hört sich doch nach einem Deal an, oder? In der Sache der Natur eines Mangas liegt es aber natürlich auch, dass wir uns auf unserer Reise ein Samurai der Meere nach dem anderen vorknöpfen müssen. Diese sind zu dem originalen Zeitpunkt die Piraten-Kaiserin Boa Hancock, Mihawk Falkenauge, Ernst Feinds von Zorro, Mr. Zero, Sir Crocodile, den wir ja schon besiegt hatten im zweiten Arc, Ritter des Meeres Jinbei, auch den haben wir schon erwähnt. Ja, genau der Jinbei, der später Ruffy's Crew angehören soll, Himmelsdämon, Don Quixote Flamingo, der Tyrann Bartholomeus Bear und Gekko Moria. Und zu dem kommen wir jetzt im Thriller Bark Arc. Ich habe Thriller Bark schon angesprochen vorhin, ich finde das Setting so unfassbar cool. Hier bekommen wir dann auch Brook rein ins Team, das lebendige Skelett, super humorig, toller Charakter, aber allgemein, das ist so geil. Natürlich ist das hier so ein bisschen die Horror-Sektion, die sich aber auch nicht zu ernst nimmt. Also man hat hier enorm viel Spaß drin, wie in der gesamten Reihe an sich. Viele tolle Charakter-Momente, auch wieder in Bezug auf Sanchi, muss ich direkt dran denken, das ist richtig toll. Gekko Moria als großer Schurke, total abgedreht auch diese verfeindete Crew, die auf diesem Geisterschiff umhersegelt, einfach total geil. Und auch der Endkampf gegen erstmal das große Monster Oz, was wir hier auch auf einem Manga sehen, super cool, super scary, hat damals super Eindruck auf mich geschafft. Und dann noch Gekko Moria selbst. Der Kampf, ich finde, der wird sogar ein bisschen unter Wert geschlagen und Gekko Moria selbst verkommt dann zu einer Witzfigur, aber eigentlich ist es auch genau das, was hinter diesem Horror-Arc steht. Dementsprechend, ich finde das super cool. Und wie gesagt, das hat mich überhaupt erst zu One Piece gebracht. Nächster Arc, die große Schlacht. Okay, hier wird's legendär. Die Crew wird getrennt und es vergehen zwei Jahre, bis sich die Truppe wieder zusammenfindet. Die schlimmste Generation wird vorgestellt. Das sind elf aufstrebende Piraten, die sich alle schon bewiesen haben und weiter beweisen wollen, weil sie alle Piratenkönig, beziehungsweise der größte Pirat aller Zeiten sein wollen. Wir landen auf Amazon Lily, einer Amazon-Insel, wo Ruffy das erste Mal davon hört, dass Ace, sein großer Bruder, hingerichtet werden soll. Wir wollen den dann natürlich zusammen mit Ruffy befreien, gehen nach Impel Down, dem großen Gefängnis, wo wir gefängniswerter Magellan bekämpfen müssen, die Befreiung von Ace auf verschiedenen Ebenen verfolgen und dann folgt natürlich die riesige Schlacht auf dem Marine fort, wo alles zusammenkommt, was wir zu diesem Zeitpunkt erlebt hatten. Und bei welcher Manga-Nummer waren wir da? 55, kurz vor 60. Wirklich ganz, ganz großartig. Also das ist etwas, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht erlebt hatte. Und Worldbuilding, Storybuilding und auch Charakterbuilding sind hier alle in einem Moment ineinander geflossen, wo man die Genialität eines Eiichiro oder auch sieht, was One Piece zu dem Zeitpunkt damals schon war. Danach kommt der etwas lauere Fischmenschen-Insel-Ark. Da wollten wir eigentlich schon die ganze Zeit hin, bloß die Geschichte mit Ace und diesem Timeskip, den man mittendrin hatte, hat das Ganze ein bisschen verzögert, ist mir auch nicht so super im Gedächtnis geblieben. Hody Jones als Gegner, komplett vergessen, dient aber auch eher dazu, die Yonko einzuführen. Was sind denn diese angesprochenen Yonko? Nicht mehr als die vier mächtigsten Piraten der Welt, die dem One Piece demnach auch am nächsten sind. Ab hier richten wir unseren Fokus auch auf eine einzige große Geschichte, die uns bis zum heutigen Stand begleiten wird. Ja, auch unterteilt ihm ihre Arks natürlich, aber hier greifen alle Zahnräder pausenlos ineinander und ergeben dann ein großes. Die vier originalen Yonko sind, da tut sich natürlich auch schon vor und nach dieser Geschichte hier zu dem Zeitpunkt etwas, Kaido der 100 Bestien, Charlotte Lin Lin aka Big Mom, der Rote Shanks, Idole und Freund von Ruffy, den wir auch schon seit dem ersten Band wirklich emotional an der Seite von Ruffy haben, aber so oft sehen wir ihn gar nicht, aber omnipräsent, und dann noch Edward Newgate alias Whitebeard, zu dieser Zeit schon abgelöst von Marshall D. Teach, Blackbeard. Lange wurde ein wirkliches Geheimnis aus den vier Kaisern gemacht und sie wurden immer nur in Silhouetten, wenn überhaupt gezeigt. Mittlerweile gehören sie aber zum festen Inventar und zum fester Bestandteil der One Piece Geschichte. Nächster Arc auf Dressrosa und unsere Schurken sind in dem Fall Cesar und Don Flamingo. Ein Arc, der lang gestreckt war, den ich von den neueren Arcs auch definitiv als wichtig empfinde, aber er gibt mir relativ wenig, wenn ich daran zurückdenke. Ich finde Don Flamingo als Schurken schon nicht so geil. Man hatte allerdings einen ganz coolen Aufbau, man hatte ein Turnier am Anfang, was so ein bisschen Dragon Ball Vibes, das originale Dragon Ball gibt, wo natürlich Ausscheidungskämpfe dann stattgefunden haben und man hat eine Smile Factory versucht auffliegen zu lassen. Das heißt, wir haben es hier auch mit einer Drogenthematik zu tun, die jetzt allerdings nicht sonderlich ernsthaft thematisiert wird, also nicht wie wir es vielleicht aus normalen Comic-Reihen oder sowas kennen. Das fällt am Ende alles ein bisschen runter, wir haben aber damit ab und zu immer noch heutzutage zu tun. Und dazu kommt natürlich das wichtige Charaktere für den heutigen Arc Wano Kuni, wo wir uns, wo ich mich jetzt noch befinde, hier in Band 100, dass wir die ersten Charaktere dazu befreien. Heißt, die ersten Wano Kuni-Charaktere sind direkt auch eigentlich nach der großen Schlacht mit eingeführt worden. Das zeigt uns, dass die aktuelle Story eigentlich auf einer Basis von 40 bis 50 Bänden abgehandelt wird. Und das finde ich absolut verrückt, wenn ich darüber nachdenke. Danach geht es zu einem definitiv spaßigen Arc, der aber auch sehr nervig ist und quietschbunt. Wir sind im, im Deutschen heißt es glaube ich, Todland-Arc auf Whole Cake Island, wo wir gegen Big Mammut ihre riesige Familie antreten müssen, die alle irgendwas mit Süßigkeiten und Leckereien zu tun haben. Also auch hier nimmt sich die Geschichte nicht ganz ernst, ist aber definitiv unterhaltsam und wird hinten raus auch sehr actionreich abgeschlossen. Denn auch wenn man an Süßigkeiten denkt und da vielleicht nicht die härtesten Schurken mit verbindet, lasst euch nicht täuschen, die gibt es definitiv. Und ein Charakter hat hier auch, finde ich, einen ganz besonderen Moment und das ist auch meine absolute Lieblingsstelle in One Piece, denn Sanji bekommt es hier mit einer fingierten Hochzeit zu tun. Und dementsprechend muss ich mich nochmal kurz meinem absoluten Lieblingscharakter in One Piece widmen. Sanji ist grundsätzlich eine Figur, dessen innerste Wünsche nie erfüllt werden, was aber dazu führt, dass er mit die besondersten Charaktermomente in seinen persönlich schwersten Zeiten zugeschrieben bekommt. Vielleicht passt Sanji mit seiner Versessenheit auf alles Weibliche nicht mehr ganz in unsere Zeit und doch ist es genau das, was ihn für mich besonders macht. Die Kombination aus diesem teils einfachen, sehr stumpfen Humor und emotionalen Ausnahmemomenten, die er für sich definitiv gepachtet hat. Und natürlich auch seine Kickfähigkeiten und die ewige Fede mit Mooskopfzauro sind natürlich auch ganz nice. Ah ja, und er sieht gut aus und gut kochen kann er ja auch noch. Definitiv eigentlich der perfekte Mann, oder nicht? Und schon sind wir im aktuellen Arc für mich jetzt hier angekommen. Wano Kuni und es war natürlich schon ein Ding, man muss immer höher und weit haben. Die Charaktere, die Gegner werden immer stärker. Was machen wir denn jetzt, wo wir alle Yonkos auch kennen und da ist ja eigentlich nichts mehr abzuarbeiten, außer Kaido selbst, aber nur ein Yonko ist ja auch langweilig. Gut, bilden wir halt eine Allianz aus zwei Yonkos, um das Ganze doppelt so schwer für unsere Strohhutbande zu machen. Dazu ein Putsch- bzw. Rebellionsversuch von Samurai-Charakteren, die wir uns über die letzten 40-50 Bände zusammen gesammelt haben, die teilweise eine Zeitreise hinter sich haben und deren Motivation wir noch in einem supercoolen Flashback, ja, der zieht sich auch ein bisschen, aber die Bedeutung ist einfach geil, die wir dann auch noch erklärt bekommen. Also Wano Kuni ist bisher das Meisterstück an One Piece, weil es einfach so durchdacht und komplex ist. Ich kann es total verstehen, wenn viele sagen, hier steige ich aus, das ist mir stellenweise zu zäh, weil einfach sehr viel auch nur erzählt wird, um die Story auszuschmücken und weil es dann nicht einfach nur auf die Fresse gibt. Ich finde aber, diese Komplexität ist das, was One Piece mittlerweile ausmacht. Es ist nicht nur die Abenteuergeschichte für junge Kids, die dann irgendwann ihr Anime-Programm nach der Schule gucken wollen. Nein, die Geschichte ist mit uns gewachsen und so sind auch unsere Ansprüche mit der Reihe gewachsen. Und genau das ist der Wano Kuni-Arg eigentlich für mich. Und jetzt freue ich mich, ich habe die Bände 101 und 102 hier schon liegen, da dann weiterzulesen, denn das ist Pflichtprogramm und da bin ich auch immer auf aktuellem Stand, nicht wie bei meinen Comics, wo ich immer nur in der Vergangenheit rumwühle. Hier habe ich damals als junger Steppke direkt den richtigen Zeitpunkt erwischt und einfach mal alles nachgeholt. Dementsprechend One Piece wird immer einen Platz in meinem Herzen haben und das ist eine geile Reise. Also, falls ihr euch bisher noch nicht getraut habt, wegen der großen Menge an Bänden, die es gibt, definitiv da einzusteigen, macht das einfach. Und selbst wenn ihr nach 20, 30 Bänden keinen Bock mehr habt, die könnt ihr auch für sich stehen lassen, weil die nochmal einen ganz anderen Vibe haben. Das war Comic In, das war One Piece, auf die nächsten 100 Bände. Bis dann.